Das ist nicht dein Ernst. Hallo Schwester, schön dich zu sehen. Lass den Unsinn, was soll das? Das da? Ach das da. Mensch, das sind die Unterlagen. Was dir denn da vorgeht? Dass du ganz massiv Firmenvermögen hinterzogen hast. Schönes Haus hier. War's, ne? Du steckst dahinter. Aber natürlich. Bist du wahnsinnig? Du weißt doch ganz genau, dass diese Anschuldigungen aus der Luft gegriffen sind. Wie das so ist mit Verdächtigung? Wenn sie erstmal da sind, dann riecht man sie kaum noch weg. Das ist wie schlechte Luft. Warum hast du das getan? Du kannst dir das nicht denken. Ich will dich aus der Geschäftsleitung raus haben. Willst du das Erbe unserer Familie zerstören? Nein. Das ist deine Familie. Was? Hör zu, meine Mutter hat dich damals aufgenommen. Es hat sich doch nie die Frage gestellt, ob du zu uns gesetzt werden...